So, hi Freunde. Willkommen zurück zu Don't Starve. Tag 5. Diesmal mit Bart. Das ist ja auch witzig. Dass uns ein Bart wächst. Ist ja auch echt extrem witzig und gut. Eigentlich ein cooles Special-Zeug hier. Fällt mir das Wort gerade nicht ein, wie man es nennt. Naja, egal. Gut, wo sind wir denn jetzt gerade? Was machen wir denn jetzt? Wir wollen immer noch die Mauer bauen hier. Genau. Das ist nur die Frage. So. Ich glaube, wir machen die einfach mal, wie groß. Hm. Schwierig. So, okay. Das reicht, glaube ich, erst mal von der Seite. Aber jetzt müssen wir jetzt mal schauen. Dass wir noch ein paar Steine holen. So, und dann auch als Sicherheit halber nochmal eine Fackel machen. Sicher ist sicher. So, Axt. Einmal her. Danke. Ach nee. Oh man. Verdammt. Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir ja sogar noch zwei, zweimal solche Wände. Steinwände. So. Und dich auch noch. Erstmal schauen, wie viele Steine wir da eigentlich brauchen. Ach, nicht schon wieder dieses Viech. Ich hoffe, das greift uns nicht an. Ich glaube, wir müssen auch mal diese Stöcke einfach mal sammeln. Oh, es wird wieder dunkel. Okay. Oh, es wird wieder dunkel. Was? Wo sind denn hier? Wo sind hier solche Stöcke? Hier? Aber einen brauche ich noch. Jetzt nur die Frage, wo? Da. Da, da, da. Auf. Ich möchte wieder zu meinem Lagerplatz zurück. Das ist ein ganz schönes Stück. Ich denke mal, das schaffen wir. Ich hoffe es mal zumindest. Wir mit unserem sexy Bart. Lauf, Forrest, lauf! Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gut. So, Brennholz hinzugefügt. Jetzt erstmal schauen, was wir... Was ist denn das? Crank-Thing, okay. Irgendein verrücktes Teil. Keine Ahnung was, aber... Irgendwas verrücktes halt, ne? So, was können wir denn da jetzt noch bauen? Lightning Rod. Ich glaube, das bauen wir mal hier hin. Das können wir uns vielleicht noch helfen. So, jetzt wird's dunkel. Sehr schön. Aber die Nächte sind jetzt auch schon wieder kürzer. So, jetzt aber erst mal schauen. Ach, was, was... Ah, verdammt. So. Sehr schön, Freunde. Das war's wieder für diesen Tag. Wir sehen uns morgen, am nächsten Tag wieder. Danke fürs Zusehen. Mal schauen. Vielleicht können wir da die Mauer fertig machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.